Aber den Oga am Anfang, den hast du doch gemacht, oder nicht? Corona? Ja, wo hier die... Ne, ne, ne. Einfach vorbeigelegt, total. Ich hatte keine Lust auf diesen Oga. Geh schon. So, der Oga hat alle für mich platt gemacht. Ja, der hält ein bisschen was aus. Oh. Aber ohne Pferd will ich nicht gegen ihn kämpfen. Ne, ne. Oha. Oha. Alter. Merkst du noch was? Lass mich mal einen Schuh trinken. Oh shit. Das ist aber eine ganz schöne Drückwerte. Aber der ist machbar, der Oga. Spielstopp. Ich muss kurz was trinken. Ah, scheiße. Nein. Aua. Puh. Klippo. Der Attacke kann man gut ausweichen, wollte ich gerade sagen. Oh. Oh, nicht schon wieder... Ah, fuck. Den hatte ich fast. Der hat nicht mehr viel gefehlt. So. Jetzt nur noch du und ich, mein Dickerchen. Oh, scheiße. Nein. Oh, nicht getroffen worden. Da wurde ich einfach abgemountet. Ich glaube, wenn er schreit. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, Mist. Hab ich was an den Füßen? Ja, Mann. Hau ab, Alter. Hier ist wieder so eine Statue. Und da leuchtet irgendwie so ein Glitzerball. Ach, du lebst. Du bist ein Mistkäfer. Oha. Hier geblieben. Oh, bin ich in einen Hinterhalt gelockt worden? Ja. Bin in einen Hinterhalt gelockt worden. Oh, ihr seid aber viele. Äh, äh. Habt ihr was dagegen, wenn ich mal eben aufsitze? Ja. Finde ich wieder so unfair, wenn ich so... Aua. Oh, shit. Ich hätte doch nicht spotten dürfen. Ah. Irgendwie wird hier mit Katapulten geschossen. Raketen oder sowas. Der Degu wählt den Freitoder und springt vor der Klippe. Okay, ich bin tot, aber mein Feld kriegst du nicht. Der sieht ja krass aus. Bisschen Affe, ein bisschen Wurzel, ein bisschen Tintenfisch. Bisschen alle so einfach vor die Chimäre. Oh. Oh. Alles klar, nun. Zack. Oh, shit, 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 shit. Mist. Das ist schwer abzupassen irgendwie. Aber das ist jetzt schon eine andere Hausnummer. Gibt es irgendeine Special-Taktik oder was? Vielleicht kann ich diese Messer, die er schießt, zurückparieren. Ich mache ihm immer nur 76 damage. Oh. Alter. Und seine Messer benutzt er auch etwas inflationär. Ach jetzt, will sie mit mir reden? Ich sollte den noch gar nicht machen oder was? Jetzt teleportiert er mich sonst wohin. Der Schmied sieht ja nice aus. Oh, die will mit mir schmusen. Wieso nicht, oder? Jo. Danke, Mama. Er steht da ein bisschen wie so ein Opa eigentlich. Habe ich denn hier mit engen genau nicht gequatscht? Oder kann ich hier runterspringen? Ah, ich kann hier runterspringen. Oh, Invasion durch Rasener Alberich. Komm her. Oh. Der Rasener Alberich hat mich gekillt. Ich dachte, die ist kämpfen verboten. Hält er sich nicht dran. Okay. Okay. Nochmal halb lang. Albirich. Oh. Wieso habe ich mich erschrocken? Ich habe ihn doch gesehen. So ein Doppelding da. Da war ich mal in dem ersten aus, aber in dem zweiten nicht mehr. Nein. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Macht aber auch ein Damage. Oh ja, komm. Komm. Ich habe keinen anderen Weg gefunden. Teleportieren kann ich noch nicht. Doch, doch. Du musst nur auf die Mappung schalten, wenn du im Lager bei bist. Ach so. Ich hatte dich gefragt, aber du warst dann wohl irgendwie gerade nicht da. Jetzt soll er leichter sein? Okay. Aber ich mache ihm immer noch genauso viel Damage. Ach, Mist. Also muss ich mich jetzt im Anfangsgebiet wieder ein bisschen umsehen, oder was? Äh, du bist an einer Brücke vorbeigelaufen, die eingestürzt ist. Dahin müsstest du. Hm. Also jetzt bin ich bei so einer kaputten Brücke. Da ist so eine Oma auf dem Tisch. Und der in den Augen. So, dann erstmal. Reinig wie der Windbully. Dem Hund leuchten ja die Augen. Lassi, stimmt irgendwas nicht? Oh, ich wünsche, ich könnte das auf der Couch spielen, ey. Du, 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 du hast eine große Playstation. Was? Playstation. Ja, ich will es ja nicht noch mal kaufen. ah ja die nachrichten sind weg schön herrlich sieht das gut aus egal wo du hinguckst da nicht eine nachricht da nicht eine nachricht da nicht eine total und irgendwas aus dadurch kann man schießt wieder auf da liegen 1 da ist doch etwas explodieren 12 halt durch Du Hexe, Alter. Unhöflich. Komm her. Nix da, lieben Leib. Komm her, du. Oh, du hältst ein bisschen mehr aus. Wäre ja auch langweilig sonst. Nee. Oh. Was willst du denn? Kommt hier so ein Hempfling angerannt. Du hast mein Bruder getötet. Ja, jetzt bin ich auch bei dem Sumpfgebiet hier. Hm, hat eine Laterne gefunden, gekauft. Kann ich leuchten. Ich dachte, was sind das für Dullis? Sobald du anfängst, einen Gegner zu unterschätzen, aber das ist ja auch typisch Stark-Souls. Hm. Du denkst, was bist du für ein Wurm? Und dann kommt der an, guck, ich. Was hast du gerade gesagt? Wo? Wo? Wo ist das Teil, Alter? Das klingelt. Komm mal her, Rottehü. Ja. Man kann ihn ins Batool hauen, Alter, und dann bin ich vielleicht nicht gepuppt. Bereit für die Darmspiegelung? Ja. Ja. So. 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 Wieder einmal vorbeugen und husten. Gut. Die Nupsis hab ich alle down. Oh. Da kommen noch mehr von denen. Oh. Deutlich mehr. Easy, 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 easy. Noch mal halblang. Alter, wie viele sind das? So. So. Den Ungemotz hab ich. Tja. Was hat das denn, ey? Die sind mir nicht gewachsen. Ich hau sie einfach zu klump. Was geht mit der Libelle ab, Alter? Ein bisschen vom Weg abgekommen. Das passiert mir bei solchen Obenworlds leider recht schnell. Oha, was bist du denn? So ne riesen Glibberkrake. Glaube, die schaff ich so nicht. Mit nur einem Trank. Alter. Die halten ja was aus. Okay. Ich glaub diese Schnabelkraken sind mir noch ein bisschen zu stark. Gehen sicher gar nix ab. Ich glaub ich werd pennen gehen. Ich bin irgendwie grad mega müde, ey. Was hier verlassen, ey. Was hier verlassen, ey. Was hier verlassen, ey. Ich hab mir nicht auf. Was hier verlassen, ey. Wenn ich auf. Ich hab mir nicht auf. Vielen Dank.